Sie sind hier, 23. Dezember 2018, 14.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Henk Fährmann erleidet einen Kreuzbandriss, Urheberrecht, der T-Image spittere Diagnose für Stürmer Henk Fährmann vom FC Sankt. Pauli, der Niederländer erleidet einen Kreuzbandriss und verpasst den Rest der Saison. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss bis zum Saisonende ohne Torjäger Henk Fährmann auskommen. Wie die Hamburger am Sonntag bekannt gaben, erlitt der Niederländer beim 4-1-Sieg der Hanseaten am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenbandes im rechten Knie. Fährmann gelangen in dieser Saison in 16 Einsätzen, 6 Tore und 4 Vorlagen, von Sportinformationsdienst. Fährmann gelangen in dieser Saison in 16 Einsätzen, 6 Tore und 4 Vorlagen, von Sportinformationsdienst.